Willkommen Reisende. Wir befinden uns auf der Welt von Genshin Impact. Ich habe den Anfang schon einmal gespielt, das ist zwar Monate her, aber so konnten wir den auch direkt überspringen. Das Mapcam Bild, bitte ich zu entschuldigen, die Kamera überhitzt und sah ja langsam den Geist drauf. So, wir werden uns jetzt erstmal hier angucken, wo wir hin müssen. Wir sind das nicht. Wir sind das. Sehr lange her, da ist das Gefühl. Und wir sollen zu der Stadt Mondstadt gehen. Wollen wir mal gucken. Ich habe keinen Oberlauf. Warum auch zur Stadt gehen? Was soll ich next cook? Oh, sind Sie travelers von hierher? No, wir sind einfach passiv. Ich weiß. Ich bin Lin, die Survival Expert auf den Eat Before You Go. The Picnic? Mein Travel Partner hier ist gut an zu essen, als auch. Das ist okay. Wir sehen uns, was du kannst. Du hast keine Chance, wie das zu lernen, von der Survival- What the say? There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer. Jo, was wollte ich halt haben? So, machen wir mal das. Manuel zu bereiten, hab gar keiner drauf. Jetzt? Ich muss echt anfangen, den Scheiß zu lesen. Hm, schmeckt lecker. Komm, das richtige U-Koch. Oh, ich habe ein paar rohe Ingrädiens in meinem Bag. Können wir wirklich sie haben? Das ist okay. Du solltest viele Ingrädiens finden, wenn du die Wildern herauskommst. Es gibt auch ein Restaurant in Mondstadt, der als Good Hunter, das Essen und Ingrädiens verkauft. Okay, danke für die Info. Timmy. Ah, gerade, klöpfen geht nicht. Würde auch irgendwie nicht zum Spiel passen. Den hat mich voll an Sourcebuck. Timmy. Also, das Spiel hat viel, also, war viel ganz normal, aber die Spielfiguren richtig krass, wie in einem Anime. 15, jetzt hin. Oh. Das ist dann schätzungsweise die Anfangsstadt. Embert, heiße Klammer. Oh. Acting Grandmaster of the Knights of... With Gene on our side. Surely even the vicious storm terror will be... Before I take you go... It's a reward for... Hey! Uh, because this reward... But sticky honey, come with me. Höchstenspunkt gehen. Faxmelö. Ist aber neu. Okay. wir haben zu aktivieren und den aktuellen auftrag zu verfolgen gehst du dem ort gehen geht nicht mehr es ist ja nicht hochklappern Oh, sie kann klettern. Gucken wir uns erstmal den roten leuchtenden Tor an. Oh, cool. Freuer Teleportationspunkt. Oh, die Minimap ist echt gut. Ist jetzt auf der falschen Seite. Mir auch keiner. Jetzt setzen wir uns halt da rein. Jetzt sitzt ich ja vor den Special Attacken. Oh, ich kann mal jetzt hochklettern. Hauptsache, ich kann ja gerade auf ein Tor klettern. So, wir müssen rein. Oh, draußen soll man nicht von Gebäuden springen. Wer hätte das gedacht? Oh, eine Stufe aufgestiegen. Jetzt kommt was Böses. Tam, tam, tam. So, vier. D. Schreie. Der wäre voll krasser als Hostia. 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 Der Angriff von hinten. Voll feige. Der wäre voll krasser als Hostia. 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 Okay... Oh, ich kann dir nicht weiter. Ich nehme eine Belohnung. Wie geht es mit einer Traditionell Mondstadt? Dein Kampf um die Stadt gegen den Dragon war verletzt. Der Grand Master der Knights von Favonius ist auch sehr interessiert in dich. Und er hat dich formellamente in unsere Headqu... Da ist also mein dämlicher Gleiter. Ich bin ja schon gesucht. Äh... Daten. Wir haben Daten. Wir lieben Daten. Krass, die sind gar keine. Das ist ein Scheiß. Echtes Neues. Oh. Ah, da. Scheidung. Das ist mein. Ah, die haben wir gar nicht gesammelt. Ja, oder was jetzt? Okay, keine Ahnung. Ich geh zum Hausquartier. Ah. Gut, fast da aber mal drauf gegangen. Geht so ein V-Verfolgung? das ist, wie wir die Knights von Favonius' headquarters sind. Lass mal rein gehen. Hier gibt es einen V-V-Folgen. Achso. Oh, ich finde, die hat eine Peitsche. Ich hätte jetzt voll Bock auf die Magierin. Automatisch. Ich bin Jean, der Grandmaster des Knights des Favonius. Das ist Lisa, unsere residente Librarian. Oh, sind Sie hier, um uns zu helfen? Sie sind so sehr süßig. Sadly, das Zeit ist schrecklich. Storm Terror hat eine Ruckus in der Region seit der letzten Ressourcen. Das ist einfach, Monstat's Elemental Sphäre und Leylines sind jetzt eine Yarnball in den Paws von einem Kitten. Für ein mage, es könnte nicht viel besser werden. Meine Haut ist eine Elemental Partikel entfernt von einem voll-blown Breakout. Wenn es nicht für diese Interferenz gäbe, die Knights des Favonius haben bessere Wäsche, um dir zu helfen, als nur die Missing-Person-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster-Poster. Wir müssen bestimmt annehmen. Gut. In diesem Fall brauchen wir einen Plan. Mit Storm Terror jetzt direkt attacken Monstat, haben wir vielleicht eine Chance, dieses Problem an der Grundlage zu zerstören. Lisa hat die Sätze der Kraft von Storm Terror mit ihrer Detektionsmagie gezeigt. Ist das so? Sie sind in den Abandoned Four Winds-Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms kann sich an die Kraft von den Tempeln aus dem Tempeln. Unsere Ziel ist es mit drei von den vier Tempeln. Ich glaube, dass alle verstehen, warum wir nur mit drei tun haben. Paimon nicht. Knights des Favonius. Zeit ist gegen uns. The storm is rampant. There is no point in maintaining a defensive position. All right. We need to take initiative and act before the situation escalates. All right. grapevine. All right. I want to go to the channel. Da braucht man verschiedene Oztalle für Wanderlust Willings Hängebet Was hier muss ich Direkt 10 machen Ich krieg 10 für 8 Ich krieg bestimmt Eine Figur Ein Buch Schrottige Schwert Schrottige Bogen Drei Schrottige Oh Drei Schrottige Bogen Vier Ernst Weißer Was soll ich mit soviel Bogen Der dämlichen Kist Ist immer selber drin Alles Stufe 1 Das war die jetzt erstmal Kämpfen lassen Das war die Dinger Nicht Verkurs Ach guck mal Das steht nur hier Prost Sorry Das steht nur hier Das steht nur hier Das steht nur hier Ich habe einen Drei-Arm. Wie in allen anderen Spielen. Da ist nur was drin, wenn du dein Geld ausgibst. Da war nur Müll. Da warten wir. Uhhh. Ich gehe noch mal. Was ist das? Weißer? Von jetzt auf die Spiele werden wahrscheinlich mehr und mehr gefährlich werden. Wir sollten sicher, dass wir bereit sind. Wir können mit dem Flachsack zu gehen. Da ist der Blacksmith! Oh, krass! Sieht wie ein kurzerer Mann. War es etwas, was wir gesagt haben? Danke, Pepe. Du kommst aber noch. Ja, softet. Oh, wieso geht das jetzt nicht weg? Mein Name ist Noelle, Frau von den Knights von Favonius. Super 1 Pro. Nur ein Stern. Welcher sieht denn krass aus? Frank, du hast also noch mehr. Kritische Treffer. Hier war ich gerade. Ja, nehm ich den da. Ja, uuuh, neu. nur noch herausfinden ob wir den ganzen scheiß auch wieder los werden wir noch haben ob man ihn einfach wegwerfen muss auch mehr besser oder so jetzt das erz für den mit holen eigentlich dem sollten wir noch erzbrocken holen jetzt schon mal vor dem tempel ja du hast jetzt ein Stück Papier empfohlen in der stufe 4 bis auf die neue enttäuscht wow i can see so far into the temple und so 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 wie so rumliegt das so 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 Ja, das ist ein Pulverfusser. Pulled to a Feuer geht auch. Oben, sonst sind Sachen im Keller. Pulled. Hm. Da habe ich bestimmt ein Drachen bei. Okay. Oh, der währt wohl nicht vor. Mathematisch verlassen. Ja, noch langsamer geht wohl nicht. Okay. Den Auftrag hat man nur geschafft. Dann war ein der Tempel schon fertig. Nur gucken, dass wir das Erz noch bekommen. Dass wir hier im Arsch der Welt sind. Ja, das ist doch die falsche Aufgabe. Ja, das ist doch die falsche Aufgabe. Sollten noch Erze sammeln. Was ist denn der Typ? Nee, ist mir der Mondstadt. Ich muss halt noch mal zu dem Schmied gehen. Mein war ja nicht so weit weg. So. Siehst du? Kein Erz. Wieso haben wir diese Aufgabe nicht? Dieter. Soll das Erz dann sein? Also. Ich hier so. Genau. Oh. Irgendwelche Münzen kriegen wir. Als Belohnung. Weil es ist halt so. Cool. Also wir sind Abenteurer Stufe 6. Gut. Was ist hier oben? Jetzt klettert sie wieder in dem Gebäude rum. Wie zum Auf an diesen Gebäuden rumzuklettern. Geh runter. Hier ist auch ein Diamant auf der Karte. Wie? Ja, es ist. So. Also der Diamant funktioniert nicht. Hier ist ja nun gar keiner. Reinkommen tun wir da auch nicht. Die klettert immer am Gebäude dran rum. Gucken wir jetzt noch zu. Ach kack, das geht nicht, weil die Angst haben. Kommen wir an. Wir sind ganz in den Post da oben. Ist das mal falsch? Oh. Oh Gott. Ah, da wollen wir hin. Ah, direkt von der Stadt. Okay. 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 Ich gehe euch einfach rum. Oh, das ist ja scheinbar öfter brauchen. Komm, alles einsammeln. Noch eine dämliche Blume. Kampion. Kampion. Ich gehe jetzt mit dem Teleporter hin. Und heil dich mit dem Schmied. Na ja, eben schon war. Ich gehe jetzt nimm dich hier. Das war es nicht. Da heil ich denn hier? Warum denn? Ein Urgesteine halt. Einfach so. Oh. Etwas. Oh. No. Noi. Noi. Was willst du? Oh, ja, diese sind okay, ich glaube. So, jetzt können wir ein schönes herstellen. Minderwertig. Oh, minderwertig ist auch toll. Was ist denn das? Oh, ja, klar. Falsetti ist gar nicht. Was ist denn? Warum soll ich das machen? Das ist cool. Ganz in der Hand. Wenn du ever findest Orr in the future, du kannst immer kommen und sehen mich. Ideal, wenn ich nicht so busy bin. Ein Blacksmiths Work takes Fokus und Konzentration. Wenn die Kraft gut ist, das Business ist gut. Und wenn es nichts anderes gibt, ich will... Dann werden wir die anderen Impel müssen wir den da wahrscheinlich auch machen. Das könnte der vierte sein, aber der ist noch gesperrt. Aber wir sollen ja erst mal drei machen. Hat es ja gesagt. Und den vieren. Ja, das werden wir dann nächste Folge machen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Auf Wiedersehen.